Willkommen zurück, Leute, zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir wollen heute nochmal an das Video von letzter Woche anknüpfen, wo wir einmal darauf eingegangen sind, warum du alles dafür tun solltest, wirklich die ersten 100.000 Euro zu erreichen und warum es danach tatsächlich einfacher wird. Heute wollen wir uns dementsprechend mal 8 Geldfresser angucken, wo ihr wirklich Geld einsparen könnt, sodass ihr immer mehr Möglichkeiten zum Investieren habt. Sprich, ja, so eine kleine Lösung dafür, wie man etwas ausmerzen kann, wie man etwas verbessern kann und so weiter und so fort. Und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. So, einmal rüber in den Splitscreen. Ja, das war entsprechend dieses Video hier. Packe ich euch auch nochmal in die Videobeschreibung. Und für alle, die jetzt so meinen und denken, ja, von wegen, das ist doch Blödsinn und die 10 Euro, die ich bei Netflix einspare und die 20 Euro, die ich hier einspare, das macht doch am Ende gar nichts aus. Ja doch, das macht extrem viel aus. Ja, das werdet ihr im Sparplanrechner, könnt ihr das nämlich sehen. Denn wenn ihr überall immer so, ich mal hier 10 Euro, mal da 20 Euro im Monat spart, ja, dann kann das im ganzen Jahr teilweise 1.000 Euro oder mehr sein. Und wir wollen ja langfristig investieren, sprich, ja, diese 1.000 Euro, die ich dieses Jahr vielleicht nicht investiere, dann sind es nach entsprechend 30 Jahren teilweise 10.000, 20.000 Euro Rendite, die auf der Strecke liegen bleiben. Ja, das können wir auch einfach mal, könnt ihr mal selber schauen. Dann, wie gesagt, der Sparplanrechner von iShares zum Beispiel einfach bei Google eingeben, dann kommt ihr darauf, könnt ihr euch ausrechnen, mit wie viel Sparrate, Einmalzahlung und so, wie viel dabei nach 30 Jahren ungefähr rauskommt im Durchschnitt und, ja, wie das gegebenenfalls auch etwas überdurchschnittlich oder unterdurchschnittlich aussehen könnte. So, und wenn wir jetzt als Beispiel, na, wir haben 1.000 Euro mit 1.000 Euro Summe angefangen und, ja, wir haben dieses Jahr, fangen wir jetzt an und wir haben 1.000 Euro mehr zur Verfügung, weil wir eingespart haben. So, mache ich 1.000 Euro mehr draus, ihr seht schon, ja, es sind 10, 20,000 oder noch mehr teilweise, die dann wirklich auf 30 Jahre dann verloren gehen, wenn ihr sie nicht investiert. Und jetzt könnt ihr euch natürlich auch mal ausrechnen, was passiert, wenn ich es schaffe, jedes Jahr 1.000 Euro mehr auszurechnen, 1.000 Euro mehr zu sparen. Oder, wie gesagt, ich ist dadurch, dass ich immer so um die 100 Euro monatlich einspare, ich es monatlich schaffe, 100 Euro, ja, mehr pro Monat zu sparen, was da im Endeffekt bei rumkommt. Also, das macht nach hinten raus unfassbar viel aus. Jede 10 Euro, jede 20 Euro, jede 5 Euro, die ihr irgendwo sparen könnt, wenn ihr sie logischerweise dann auch reinvestiert. Das heißt, wir gehen das Ganze jetzt einmal durch, was so die größten Geldpresser sind und wir natürlich das eine oder andere vermeiden können. Das Erste sind natürlich klar, Netflix, Disney, Prime, The Zone, Sky, diese ganzen Abo-Geschichten. Ich bin mir sicher, dass ihr dort irgendwo einsparen könnt. Ja, und wenn das, wie gesagt, irgendwo 10, 20 Euro oder so sind, das kann dann zum Beispiel sein, dass ihr euch das Abo vielleicht auch mit wem anders teilt und so weiter. Einige Streaming-Anbieter haben das natürlich schon irgendwo verboten, dieses Account-Sharing oder so. Bei einigen funktioniert es aber noch. Und ich bin mir sehr sicher, dass jeder irgendwo ein bisschen aussortieren kann. Also ich habe ja zu Stoßzeiten auch einfach mal, ich glaube, sieben oder acht solche Abos gehabt und mittlerweile habe ich noch zwei. Und das sind auch nur die, die ich wirklich brauche. Festet das einfach mal für euch aus, geht alle Abos durch. Und wenn einfach nur ein einziges dabei ist, was ihr 14 Tage lang schon nicht genutzt habt, kann das raus. Ja, so schnell und so einfach geht das dann. Oder wie gesagt, reduziert werden durch möglicherweise gemeinsam mit wem anders, durch ein Account-Sharing, zumindest bei Spotify und so. Die bieten ja sogar extra Familien und Duo-Abos und so weiter an. Dabei geht es zum Beispiel, bei den anderen muss man natürlich schauen, ob die das entsprechend noch zulassen. Kirche ist eine sehr, sehr große Geschichte. Also was ihr einfach einsparen könnt, wenn ihr aus der Kirche austretet an Kirchensteuer. Ja, das ist eine bodenlose Frechheit. Weil was die euch einfach abknüpfen, sprich, da bin ich schon, ja eigentlich direkt, seit ich ins Berufsleben eingestiegen bin, bin ich direkt ausgetreten. Und wenn man sich das mal hochrechnet, was man dann über die entsprechende Jahre dabei sparen kann, das ist dann doch eine ganze Menge. Wichtig ist aber nur, und das gilt natürlich für alles, was wir jetzt hier machen, wenn ihr es irgendwo schafft zu sparen, dann muss auch exakt, aber exakt diese Sparsumme zusätzlich auch in die Sparpläne fließen. Denn ansonsten ändert das nichts. Wenn ihr jetzt 30 Euro bei Abos einspart, dafür aber 30 Euro mehr versauft im Monat, dann seid ihr auch wieder bei Plus, Minus, Null und habt nichts gewonnen. Das heißt, macht euch da wirklich mal eine Excel-Tabelle von, schaut, wo ihr kürzen und einsparen könnt und investiert wirklich auch exakt genau diese Summe monatlich zusätzlich in eure Sparpläne. Gut, ja, Gym gehört natürlich dazu. Das ist so eine Sache, natürlich Thema Gesundheit und so weiter. Jeder sollte Sport treiben, bin ich ja wie gesagt auch. Aber ich habe auch lange mal im Fitnessstudio gearbeitet. Ich weiß, wie viele Karteileichen dort rumlaufen. Dementsprechend, wenn ihr das sowieso nicht nutzt, dann ist auch das etwas, was nun mal weg kann. Das müsst ihr einfach mal überprüfen. Gilt logischerweise für sämtliche andere Sportabos auch, egal, wo ihr da irgendwo vielleicht eine Mitgliedschaft habt. Auch eine sehr, sehr interessante Geschichte sind sonstige Abos wie Webseiten und so weiter. Also ich habe, als ich das Ganze mal durchgegangen bin und ebenfalls aussortiert habe, vor einigen Jahren zum Beispiel auch festgestellt, ja, also auch ich habe all diese Schritte mal durchgemacht und aussortiert. Das sind alles eigene Erfahrungen, nicht einfach irgendwelche Internet-Tipps, die ich euch hier gebe, sondern das habe ich alles selber durchgemacht und es hat mir sehr geholfen und nur deshalb bin ich da, wo ich heute entsprechend bin. Denn Thema Webseiten, ich habe zum Beispiel dann auch festgestellt, als ich aussortiert habe, ich habe für eine Domain noch bezahlt, über zwei Jahre bezahlt, obwohl ich sie schon überhaupt gar nicht mehr genutzt habe, obwohl es die Seite überhaupt schon gar nicht mehr gab. Die war längst abgemeldet, aber ja, nur weil ihr die Website kündigt zum Beispiel, ist die Domain nicht gekündigt und ihr, ja, bezahlt da tatsächlich noch weiter. Dann hatte ich sogar noch eine andere Domain von einer Ex-Freundin von vor sieben Jahren oder so, die ich irgendwie immer noch bezahlt habe und das mir nie aufgefallen ist, weil das von einer alten Kreditkarte immer abging, die ich ebenfalls seit Ewigkeiten nicht genutzt habe. Also, ja, auch dort einfach mal alles irgendwie überprüfen, wo was abgeht. Dann, ja, könnt ihr wirklich einiges an Geld sparen und das zusätzlich in eure Sparpläne mit ausnehmen. Das ist der erste und einer der wichtigsten Punkte. Kommen wir zum zweiten Punkt, das ist das Tagesgeldkonto. Das haben wir im letzten Video hier auch schon mal angesprochen gehabt, ja, dass ihr einfach mehr für euer Geld bekommt. Ja, vergleicht das einfach mal. Ich kann jetzt natürlich nicht für jede Bank sprechen. Vielleicht ist die Commerzbank dabei, die mittlerweile auch Zinsen oder so etwas anbietet. In dem Fall bei mir, ich habe sowohl ein Reiber- als auch ein DGB-Konto, machen es beide nicht. Also, dort habe ich 0%. Sprich, dort ist einfach nur das Nötigste geparkt, was dann eben für die Abträge für die Wohnung oder sowas abgeht. Und alles andere als Tagesgeldkonto habe ich dementsprechend bei Trade Republic geparkt, denn dort gibt es Stand jetzt noch 3,25% Zinsen. Wir hatten natürlich auch schon 4%, was deutlich besser war. Aber, ja, es muss natürlich auch nicht Trade Republic sein. Schaut einfach irgendwo, wo das angeboten wird. Ja, das ist das Gleiche mit Kontoführungsgebühren, wenn ihr bei irgendeiner Bank seid, die auf jede Transaktion, Kontoführungsgebühren etc., also was da teilweise zusammenkommt, das ist auch völlig irrational. Also müsst ihr auch einfach mal definitiv überprüfen. Da könnt ihr ebenfalls einiges einsparen. Und ich habe dementsprechend meinen Großteil, was ja trotzdem für mich dann schnell verfügbar ist, denn es ist mit einer Bank verknüpft, ich kann genauso schnell auszahlen, ich kann genauso schnell an dieses Geld wieder rankommen. Das habe ich dementsprechend bei Trade Republic gelagert. Und es wird in dem Fall immer noch mit 3,25% verzinst. Und wenn es zwei Monate später auch nur noch 3% sind, ja, selbst 1% sind immer noch mehr, als mir jede Bank gewährleistet. Und so lange werde ich das logischerweise auch nutzen. Wird dementsprechend etwas öfter auch noch auftauchen, weil es logischerweise auch mein Brokers, wo ich meine Sparpläne entsprechend habe. Sprich, wenn ihr noch nicht bei Trade Republic seid, könnt ihr selbstverständlich auch gerne den Link in der Videobeschreibung nutzen. Da gibt es nochmal 15 Euro Bonus für euch und genauso auch 15 Euro Bonus für mich. Ja, also Win-Win-Situationen und sonst das Geld, was auf der Straße liegen gelassen wird. Checkt also gerne den Link in der Videobeschreibung oder auch im angepinnten Kommentar. Kommen wir zum dritten Punkt. Ja, was das nämlich auch schon ausmacht, Thema Brokergebühren. Da solltet ihr ebenfalls einfach mal Vergleiche ziehen. Ja, wenn man zum Beispiel viel Einzelkäufe statt Sparpläne tätigt. Da ist in dem Fall bei Trade Republic ist es zum Beispiel auch so, dass ihr immer eine Ordergebühr habt. Die ist nur 1 Euro. Das ist nicht viel. Das macht nicht viel aus. Aber wenn ihr natürlich immer schaut, dass ihr so Kleinbeträge immer nur kauft. Ja, mal 20 Euro in dieser Aktie, mal 20 Euro in dieser Aktie oder so, dann ist 1 Euro Gebühr verhältnismäßig schon 5%, was euch da anfällt. Und 5% ist das selber bei Aktien, kann teilweise auch mal recht lange dauern. Also dementsprechend, das sind Sachen, die ihr einfach überwiegen müsst. Ich mache es zum Beispiel genau aufgrund dessen immer so, dass ich mir für Aktien, die ich langfristig besparen möchte, oder logischerweise auch für die ETFs, dass ich mir dort immer Sparpläne anrichte. Ja, denn Sparpläne sind immer kostenlos. 0% Ordergebühr dementsprechend. Genau, dann kommt es natürlich auch noch auf monatliche Gebühren an. Ob das der entsprechende Broker anbietet bei Scalable Capital, ist es zum Beispiel auch so. Ihr könnt euch da natürlich entscheiden. Sprich, dann könnt ihr so viel traden, wie ihr wollt. Wenn ihr eine monatliche Gebühr, ich glaube von 4,99 oder 5,99 benutzt, ich nutze Scalable nicht, aber ist ja denke ich mal eigentlich so direkter Konkurrenz zu Trade Republic. Ja, wenn ihr viel tradet, dann macht so eine Flatrate natürlich Sinn. Ansonsten ist auch das etwas, wo ihr einsparen könnt. Ja, wozu soll ich jeden Monat 5 Euro oder 6 Euro bezahlen, wenn ich auch 0 haben kann? Ja, und so läppert sich das ja dann wieder auch bis zum Ende des Jahres. Und wir wissen, was dann danach auch bei 30 Jahren wieder bei rauskommt. Nächstes Thema davon ist natürlich Aktienfonds. Ja, also ihr seht es nachweislich in der Geschichte. Könnt ihr natürlich alles nachschauen. Das ist selten so, dass ein entsprechender Fondsmanager den Markt outperformt. Ja, selten bis eher gar nicht eigentlich. Und hinzu kommen logischerweise die Gebühren. Also das, was weiß ich, der Abzweck. Also ich würde niemandem von euch in irgendeiner Art und Weise empfehlen, ja, das über einen Aktienfonds managen zu lassen und so weiter. Da schneidet ihr im Regelfall deutlich, deutlich schlechter ab, als wenn ihr das einfach selber macht. Denn ihr braucht auch keine Angst dafür haben, für diejenigen, die vielleicht das erste Mal zugucken. Das ist wirklich tatsächlich relativ einfach. Oder es ist wirklich einfach. In dem Fall, es muss ja nicht das Trading für irgendwelche Spezial-unter-der-Nische-Aktien oder sowas sein, sondern einfach einen ETF laufen lassen und gute Sparpläne einrichten, mehr nicht ein paar Klicks, die Informationen eingeben, eure Steuereid und so weiter. Und das war's. Mehr habt ihr damit nichts zu tun. Da braucht ihr keinen Fondsmanager, keine Aktienfonds. Ist für mich persönlich, finde ich, rausgeschmissenes Geld. So, kommen wir zum vierten Punkt. Der bezieht sich eben auf Kreditkarten oder eben auch auf Debitkarten. Auch da könnt ihr natürlich schauen, dass ihr einiges an Geld einspart. Müsst ihr einfach mal überprüfen, wenn ihr eine Kreditkarte oder eben eine Debit, dass ihr eine Prepaid-Karte habt. Fallen dort monatliche Gebühren an. Was weiß ich, 5 Euro, 10 Euro Kartenführungsgebühren oder wenn es nur 1 Euro ist oder sowas. Transaktionsgebühren. Immer wenn ihr mit der Karte bezahlt, fällt dort eine kleine Gebühr an. Und wenn das nur 0,1% oder sowas sind, Abhebungsgebühren genauso auch im Ausland. Mittlerweile gibt es wirklich sehr, sehr gute Cashback-Karten auf dem Markt. Und wenn die, wie gesagt, also ich nutze da zum Beispiel die von Crypto.com, da müsst ihr logischerweise auch aufpassen, denn auch die haben immer mal versteckte Gebühren. Dazu habe ich schon mal ein eigenes Video gemacht. Das könnt ihr euch hier natürlich anschauen. Ansonsten, ja, ebenfalls die Trade Republic-Karte. Also es gibt zwar nur 1%, aber erstens der Vorteil dabei ist, es ist überall kostenlos. Ja, es gibt keine monatliche Gebühr. Es gibt keine Transaktionsgebühr und es gibt auch keine Abhebungsgebühr. Natürlich, wenn du über 100 Euro abhebst, aber ich glaube nicht, dass jemand zur Bank rennt und 5 Euro abhebt oder so. Und das auch im Ausland, von daher, das finde ich sehr, sehr gut. Es gibt 1%, das ist besser als nichts. Und die wandern vor allem dann direkt auch wieder in euren Account. Ja, also es ist eine sehr, sehr schöne Kombination, das als Tagesgeldkonto zu nutzen. Das wird nämlich direkt beim Tagesgeld dann auch abgebucht. Sprich, ihr könnt die Zinsen genießen, habt immer Geld auf der Seitenkante. Und sobald ihr damit irgendwie bezahlt, fließt das entsprechende Geld auch wieder direkt in euren Sparplan. Und wenn das, wie gesagt, auch hier nur ein paar Euro sind, sie werden immer direkt reinvestiert und jeder Euro zählt am Ende. Denn ihr wisst, auch diese eine Euro, den ihr jetzt investiert, das können in 30 Jahren 20 Euro sein, die fehlen oder gegebenenfalls sogar noch mehr. Gut, Punkt Nummer 5. Sehr entscheidender Punkt auf jeden Fall, das ist das Thema Ratenzahlung. Natürlich in Bezug auf Immobilien, das ist natürlich etwas, was man jetzt in Klammern setzen muss. Denn, ja, Immobilien geht in der Regel ja nicht anders als mit einem Kredit, wo ihr logischerweise dann Zinsen für zahlen müsst und so weiter. Ist ja bei mir auch der Fall. Also auch die Immobilien, die habe ich jetzt nicht bar bezahlt, ja, die läuft ebenfalls noch auf Kredit. Aber auch da kann man natürlich schauen, denn gerade wenn man jetzt eine 100% Finanzierung zum Beispiel macht, dann ist es häufig einfach so und dann gerade auch in Richtung 30, 35 Jahre, gerade beim aktuellen Zins, dass ihr das gesamte Haus oder die gesamte Wohnung, ja, über 30, 35 Jahre teilweise sogar doppelt bezahlt, ja. Also rechnet, das sind immer so Sachen, die rechnet man selber im Kopf gar nicht durch oder das merkt man gar nicht. Oder man hat ja teilweise auch keine andere Wahl, aber im Endeffekt, ja, bezahlt man sein Haus, seine Wohnung tatsächlich zweimal. Ja, also das kommt schon unfassbar viel auf einen zu. Das heißt, auch da sollte man natürlich schauen, dass man entweder so viel Eigenkapital wie möglich tatsächlich einbringt, vorausgesetzt, ja, das ermöglicht natürlich die Marktlage, ne, das ist ganz klar. Und was für eine Art Kredit ihr zum Beispiel bekommt, beziehungsweise was die Konditionen neben den Zinsen und so sind, dass ihr zum Beispiel auch ein Tilgungsrecht habt. Ja, das ist bei mir auch der Fall. Ich habe zum Beispiel die Möglichkeit, 10% pro Jahr tatsächlich tilgen zu können. Ja, 10% ist natürlich eine ganze Menge, aber man muss es ja auch nicht mal direkt schaffen. Wenn ich es zusätzlich schaffe, vielleicht 2-3% irgendwie pro Jahr zu tilgen, dann ist das schon auf jeden Fall eine ganze Menge. Und das kann natürlich dazu sorgen, dafür sorgen, dass ihr deutlich schneller von eurem Kredit runterkommt und das Haus im Endeffekt, ja, nicht zwei oder teilweise sogar dreimal dann bezahlt. Ja, finde ich auch eine sehr wichtige Geschichte und ich versuche natürlich da genauso, das so schnell wie möglich immer zu tilgen. Gut, ja, Immobilien deswegen so ein bisschen in Klammern. Ging natürlich mehr eigentlich um das Thema zum Beispiel Klarna-Schulden. Ja, dieses Buy-Now-Pay-Later-Prinzip, das kann einen wirklich tief in den Ruin treiben. Da spreche ich teilweise aus eigener Erfahrung. Oder wenn ich eben von Bekannten oder teilweise Freunden dann gesehen habe, die sich schon darum betteln, wer die höheren Klarna-Schulden oder sowas hat durch Bestellung von Klamotten. Ja, da ist natürlich auch ein entsprechender Zins drauf. Ich kenne es bei Klarna jetzt nicht. Klarna-Schulden habe ich selber nie gehabt, aber ja, ich kenne das von vielen anderen und wenn das dann irgendwo wirklich in Richtung höher vierstellig, teilweise fünfstellig geht, dann muss man sich wirklich Gedanken machen, denn es ist unfassbar schwer, allein 1.000 oder 2.000 Euro zurückzuzahlen. Ja, wie gesagt, Immobilienkredit oder so, das ist ja immer so eine Sache, das ist mit eingeplant, das läuft von alleine. Aber andere Schulden, ich habe das 2019, nachdem ich aus Australien wiedergekommen bin, zum Beispiel auch gehabt. Ja, ich hatte kein Geld und ich musste letztendlich sowas eingehen. Damals, ich glaube, Amazon macht das schon gar nicht mehr. Die haben ihre Kreditkarte, glaube ich, auch gar nicht mehr. Damals war es jedenfalls über Amazon. Ich habe mir halt eine Kamera kaufen müssen, weil meine alte kaputt war und ich das entsprechend gebraucht habe. Und so hatte ich letztendlich 2.000 Euro Amazon-Schulden. Steht ja auch ganz schön drauf. Ja, keine Zinsen und so weiter. Wird nichts berechnet. Dementsprechend habe ich gedacht, ja, gut, okay, zahle ich dann langsam so weiter ab. Und ja, wenn man aber dann das Kleingedruckte liest, steht dann da, ja, gilt nur für die ersten 30 Tage. Danach wird dir 5% monatlich berechnet. Und 5% monatlich von 2.000 Euro, ja, wenn man überhaupt gar kein Geld hat und sowieso schon Schwierigkeiten hat, irgendwas zurückzuzahlen, das ist unfassbar schwierig. Also es ist wirklich allein bei 1.000, 2.000 Euro, wer das mal gehabt hat, es ist unfassbar schwer, wenn man sowieso ja nur 100, 200 Euro vielleicht monatlich zurücklegen kann, da wieder rauszukommen, wenn auf diesen Betrag tatsächlich dann auch noch Zinsen berechnet werden. Und das dann auch noch monatlich mit so einem ekligen Satz. Da muss man wirklich absolut aufpassen. Die nehmen einen tatsächlich dann aus wie eine Weihnachtsgans und man kommt da sehr, sehr schwer wieder raus. Also versucht auf jeden Fall Ratenzeilung so gut es geht zu vermeiden oder natürlich im Optimalfall, wenn es auf eine mobile bezogen ist, zu optimieren. Ansonsten kommen wir auch hier zum nächsten Punkt und das ist das Thema Preise vergleichen, ja. Auf Amazon ebenfalls, ganz, ganz wichtig. Habe ich letztens erst wieder gehabt, ich habe mit ein paar Kumpels zusammen ein Kartenspiel gespielt und ja, ich fand das Spiel cool, weil ich habe gedacht, okay, bestellst du dir auch, guckst auf Amazon, es kostet 14,99 Euro. Und ja, genau das gleiche Spiel kostet im Teddy nebenan 5,99 Euro. Und das sind so Sachen, Amazon geht natürlich einfach schnell. Du musst nur einen Button klicken und heute bestellt, morgen da. Macht natürlich Spaß, es spart Zeit, aber letztendlich kostet logischerweise auch Geld. Da ist häufig deutlich mehr Marge drauf und man übersieht das. Also es gibt natürlich auch immer mal wieder gute Angebote auf Amazon oder so, aber es macht schon Sinn, mindestens immer mal doppelt zu gucken, wenn ihr dort irgendwo etwas bestellt. Das kann sehr, sehr schnell gehen. Teilweise habt ihr da wirklich das Doppelt- und Dreifache, was euch da dann an Kohle verloren geht. Genauso ist es natürlich mit dem Urlaub, Thema Versicherung, dass ihr einfach die Preise vergleicht. Ja, das ist nervig, wenn ihr euer Lieblingsangebot gefunden habt und so weiter, will man am liebsten direkt buchen, weil man keinen Bock hat, stundenlang daran zu verbringen und Preise zu vergleichen. Aber auch da, das sind so die Sachen, die Zeit, die sollte man sich im Endeffekt nehmen, denn da spart ihr unfassbar viel Geld mit, wenn ihr auf entsprechende Angebote dort guckt. Das gleiche ist mit dem Thema Tanken. Allein wenn ihr morgens oder abends tankt, da liegen über der vollen Tankfüllung teilweise 10, 15 Euro Unterschied, weil das je nach Tankstelle wirklich 10, 15, 20 Cent pro Liter, da habe ich auch schon gesehen, Unterschied ist, ob du morgens oder abends tankst. Ja, also auch das sind einfach so kleine Geldfresser und dann, ja, wenn man natürlich pendelt oder viel fahren muss, weil der Arbeitsweg länger ist und jede Woche tanken muss, dann macht das natürlich eine ganze Menge aus und da kann man unfassbar viel Geld sparen, welchen man wiederum super dann in den Sparplan investieren kann. Also das ist ebenfalls sehr, sehr wichtige Themen. Nummer 7, da träumen wir alle vor, wenn Lambo, aber sind natürlich die Luxusgüter, das betrifft zum Beispiel die Uhren, ja, das ist das, was die Leute gerne machen mit dem ersten größeren Gehalt, was vielleicht kommt, ja direkt erstmal eine Uhr kaufen und eine Rolex kaufen oder ich weiß nicht was alles. Sondern klar, man kann das auch irgendwo als Investment sehen, da will ich jetzt auch nicht mitreden, weil ich von Uhreninvestments keine Ahnung habe, ich habe mich damit nie beschäftigt, aber, ja, ich habe keine Rolex, ich würde mir zu 99% auch niemals eine kaufen. Erstens, weil ich sie generell nicht schick finde und weil ich niemals so viel Geld für eine Uhr ausgeben würde. Das hier ist meine letzte Uhr von Movement, die hat, glaube ich, 60 Euro gekostet im Black Friday-Angebot und die habe ich schon seit 2019 und seitdem habe ich mir nie wieder irgendeine Uhr gekauft. Also, ja, da kann man unfassbar schnell für sehr, sehr viel Geld verbrennen, für Uhren, für Autos natürlich auch. Klar, Autos ist auch so eine Sache, man braucht es logischerweise gegebenenfalls für den Arbeitsweg, oder wenn man auf dem Land fuhrt, geht es natürlich nicht anders ohne Auto, aber auch da kann man natürlich gucken, ja, ob man sich dann, wie gesagt, ein etwas schickeres, luxuriöseres Auto kauft oder mit einem Kleinwagen unterwegs ist. Kann man natürlich auch sagen, ja gut, aber man muss ja irgendwo auch Komfort haben, man muss ja auch sicher von A nach B kommen und so weiter. Das ist logisch, Sicherheit geht da natürlich vor, aber wenn man jetzt entsprechend, ja, wenn man, wenn die Sparplanrate nicht erhöht werden kann oder man monatlich keine 100 Euro überhaupt zur Verfügung hat, nur wenn man lieber einen Mittelklassewagen als einen Kleinwagen dann fahren will, dann läuft er dann trotzdem definitiv was falsch und da sollte man natürlich optimieren, denn das Auto kann später immer noch kommen oder ein besseres Auto. Ja, ganz blöd gesagt, das soll nicht arrogant klingen oder sowas, aber ich könnte mir das auch jetzt problemlos leisten, mir ein derartiges Auto wie ein Lamborghini zu leasen im Monat mit 3.000 Euro Rate oder sowas, würde ich aber niemals im Leben machen. Die 3.000 Euro, die wandern definitiv lieber in meine Sparpläne oder halt für Immobilientilgung oder was auch immer. So, ja, also da kann man wirklich unfassbar viel Geld sparen und da gibt man am falschen Ende Geld aus. Das Auto ist das Letzte, was kommt. Ja, wenn mein ETF-Portfolio eine Million erreicht hat und wenn ich eine Million im Bitcoin habe, wenn ich das geschafft habe, dann überlege ich mir, ob ich mir noch zusätzlich einen Lambo zulegen kann. Aber vorher wird das Thema gar nicht erst in den Raum kommen. Das gleiche betrifft natürlich Partys und Kleidung, muss ich, denke ich, nicht weiter ausführen, hatten wir gerade schon. Erkenne ich auch zu den einen oder anderen Kandidaten, hat gar keine Sparrate, Schwierigkeiten, seine Miete zu zahlen, aber läuft im Balenciaga-Shirt rum und sowas. Ja, muss ich nicht weiter ausführen, dass das Quatsch ist, denke ich. Und da kommt so ein bisschen das Thema Sonderzahlung rein und dass diese Sonderzahlung auch für euer Vermögen sein sollte. Ja, wenn ihr natürlich in einem Job tätig seid, wo ihr gewissermaßen vielleicht Provisionen oder sowas bekommt oder ein 13. Gehalt oder was auch immer, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und so weiter. Man soll natürlich nicht auf alles verzichten, man soll sich auch mal was gönnen. Das ist logischerweise klar, das soll hier jetzt nicht in Vergessenheit geraten, von wegen, dass ich sagen will, ja, hier, ihr dürft niemals auch irgendwo essen gehen, wenn ihr nicht ein 1-Million-Dollar-Portfolio habt. Man muss natürlich auch ein bisschen leben, das ist klar und auch ich kippe mal mit den Jungs irgendwann mal einen Händler, die Binsen, so. Das ist auch klar. Aber solltet ihr entsprechende Sonderzahlung mal erhalten, dann solltet ihr das genauso betrachten. Dann geht diese Sonderzahlung, die ihr bekommen habt, vollständig in den Sparplan. Oder zumindest mal anteilig und das steht an erster Stelle. Und dann kann man sich vielleicht nochmal eine schicke Uhr kaufen, vielleicht ein größeres Auto, vielleicht die ein oder andere Party mehr schmeißen oder das ein oder andere schickere Shirt kaufen. Ich denke, ihr wisst, was gemeint ist, sehr, sehr wichtiges Thema und damit kommen wir auch zum achten und letzten Punkt. Das ist das Thema Genuss und Sucht. Ja, Alkohol und Zigaretten, dafür geht in der Regel auch das meiste drauf. Das sind so Dinge, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Lass das einfach weg. Ja, wie gesagt, man muss auch mal Spaß haben. Also ich habe in meinem ganzen Leben noch nie geraucht, noch nicht eine einzige Zigarette, auch nicht auf Partys, nie, nirgendwo. Habe ich den Sinn nie hinter verstanden. Thema Alkohol kann man auch definitiv reduzieren. Wie gesagt, ich will damit ja nicht sagen, ihr sollt auf alles verzichten. Auch ich, ich stelle mir gerne mal mit den Jungs einen ins Regal. Aber wenn ich bedenke, dass ich mit 18, 19 jedes Wochenende saufen war, kommt das jetzt vielleicht 5, 6 Mal im Jahr oder sowas vor. Ja, also auch da kann man ordentlich reduzieren. Gleiches Prinzip, ja, wenn ich nicht mal die Sparrate im Monat von 100 Euro bezahlen kann, ja, dann muss halt die Party hinten dran stehen. So, deswegen ist es auch ganz wichtig, dass der Sparplan immer zum 1. des Monats abgebucht werden soll, ja. Ja, denn wenn meine Sparraten abgebucht worden sind, wenn ich meine Miete gezahlt habe, wenn ich alles bezahlt habe und am Ende des Monats ist noch Geld über, dann kann ich das immer noch versaufen. Ja, wie gesagt, man muss ja auch ein bisschen leben und man muss auch mal Spaß haben. Man sollte nicht auf alles verzichten. Aber das sollte definitiv nicht an erster Stelle stehen. Thema anderes sind logischerweise andere Substanzen, damit gemeint, die brauche ich hier nicht aufzählen. Das sollte selbstverständlich klar sein, wie schädlich das ist und dass man das nicht machen sollte. Aber das sind so die größten Geldpresser, meiner Meinung nach, von denen ich auch selbstverständlich überall betroffen war. Schon lange logischerweise nicht mehr. Aber die meisten, ja, sind natürlich auch meine eigenen Erfahrungen hier. Insbesondere was so dann Ratenzahlungen zum Beispiel etc. betrifft, mit Kreditkarten etc. und ja, solche Geschichten mit den Abos etc. habe ich damals auch sehr, sehr viel Geld verbrannt und da habe ich sehr gut einstanzen können. Gut, ich hoffe, euch hat das Video wie immer gefallen. Ihr lasst ein Like und ein Abo da und schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare, wenn ich hier irgendwas vergessen habe. Ja, was sind eure größten Geldpresser gewesen? Wo habt ihr einsparen können? Wo habt ihr was optimieren können? Was kann man generell der Liste noch hinzufügen? Und dann würde ich hier mal sagen, lasst da, habe ich das schon gesagt, lasst ein Like und ein Abo da, Kurzzeitgedächtnis. Macht das auf jeden Fall und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.